Eines der schönsten Dinge, die man tun kann, denke ich, ist, früh am Morgen, wenn alle noch ein bisschen schlafen oder gerade aufwachen, in diesen schönen nebligen Wiesen laufen zu gehen. Ich habe meine eigene Firma und das bringt natürlich viele Beschäftigungen mit sich. Ich lebe in der Stadt, was ich sehr liebe, aber ich mag es auch sehr, draußen zu sein. Und deswegen ist es noch schöner, mal nach draußen zu gehen, Ruhe im Kopf zu bekommen und in so einer wunderschönen Umgebung wie hier im Jetzt zu sein. Ich versuche, so gesund wie möglich zu essen. Also so viele Gemüse wie möglich. Das gehört für mich zu einem bewussten Leben dazu. Dieser Ort ist eine untiefe Pfütze, wo es in der Vogelzugperiode viele Vogelarten gibt. Wasservögel, Schilffögel. Also nehme ich mir immer Zeit, um hier nach dem Laufen zur Ruhe zu kommen. Für mich ist das der ideale Anfang meines Tages. Das macht mich glücklich. Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!